Dankeschön. Hast es jetzt? Ja, herzlich willkommen zu Starbound. Nach etlichen Problemen. Mein Chipblocker ist noch da, das begrüße ich sehr. Der wurde ja weggepatcht. Ist du dir sicher, dass der weggepatcht wurde? Bei einigen schon, ja. Das ist so ein Bug, der kann verschwinden. Und mein Starbound läuft heute kacke, sobald die Aufnahme an ist. Ich weiß nicht warum. Und du machst das raus. Ich kann das jetzt wirklich. Ich hab was Neues gefunden. Nein, nein! Sie hat mal 5 Minuten alleine gespielt und findet solche Sachen. Ich glaub, das läuft hier so schlecht, weil hier 1000 Fackeln sind. Ah, Fackeln. Bei mir läuft's doch alles. Ja, bei dir. Aber hier hab ich weniger Framerate als... Nee, hier hab ich weniger Framerate. Äh, wie ist das wirs? Ja, auf jeden Fall... Naja, nicht so smooth wie sonst. Was war denn... Was war denn jetzt unsere Prämisse? Ne Rainbow Hood finden! Ja, sie hat nämlich ein Video gesehen, wie man einen Rainbow Hood bekommt. Ein... ein Kopftuch. Meine Hilfe! Meine Hilfe! Dafür muss man wegfliegen. Ich geh dann mal aufs Schiff. Ja, ja... Hoi! Hoi! Oh... Hey! So! Meine Hilfe! Gucken wir mal, wo wir hinfliegen. Wir haben unseren Heimatplaneten ja festgelegt. Oh! Gucken wir mal, ob der wirklich heimatig ist. Oh! Ähm... Der ist gar nicht heimatig. Der ist nicht heimatig. Aber wenn... Ist doch der... Ist doch Akama, oder? Weiß ich... Ne... Ne, ne, ne. Wir sind hier über einem anderen. Ach her, da ist da. Alpha sind für unsere Heimat. Okay. Weil Beam Home geht doch. Funktioniert doch. Komm, wir doch. Ja, 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 ja. Home... War, 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 meine ich. So, jetzt haben wir aber... Wir wollen Beta... Im Beta-Sektor suchen oder im Alpha? Ähm... Alpha. Warum? Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich können wir auch im Beta-Sektor gucken, aber... Can't land. Ja, das ist gut. Wir brauchen nur einen Wüstenplaneten. Weil da soll es die Rainbow-Bio mit drauf geben. Auf den Wüstenplaneten? Ja. Hier, zwei Stück nebeneinander. Ja, fliegen wir da mal hin. See ya, bitches. Was du für Waffen hast? Stylische Waffen. Gib mir eine ab. Nö, meine. Ich hab ja noch die hier. Ja. So. Ja. Ja. Hör auf. Ich pack das hier aus. Nein, das geht die Tür. Das macht die Tür kaputt. Lass es. Ja? 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 Guck mal, ob die Tür damit kaputt geht. Nö. Ja. Sehr gut. Ich hab hier Nintendo-Sounds installiert. Ich weiß gar nicht, ob du das hörst, wenn ich das Spiel... Das fang... Schau mal. Äh, hier. Hörst du das? Was soll das für ein Nuss? Das ist von Donkey Kong. Okay. Okay. So, tschüss. So, und hier soll es Rainbow-Dingsis geben. Ja, weil... Wahrscheinlich nicht immer, ne? 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 Ist mir jetzt Alpha oder better? Alpha. 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 Oh Gott, das Spiel läuft so. Okay, ich gewöhne mich aber dran. Oh Mann. Giftwasser! Ach, nö. Freude. Ach, nö. Ach, nö. Oh, nein. Und manchmal hat so Phasen, da geht die Forever wieder hoch. Autsch. Ich verstehe das nicht. Haben die wieder gepatcht, dass man das doof aufnehmen kann? Haben sie das schon mal gemacht. Hab mir wehgetan. Tut ihr doch nicht weh. Ich hab mir aber wehgetan. Jetzt rennst du mir wieder weg mit deinem doofen Dappelcham. Kannst ja links rum gehen. Mäh. Es ist schon zu spät. Jetzt bin ich schon rechts rum. Ja. Nimm wenigstens das Fleisch mit und die Pflanze da. Und du bist Poison. Na toll. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Immer dasselbe mit dir. Ich werfe Knochen nach dir. So. Machen wir mal diesen Planeten aus hier. Mit die Knochen fliegen. Flieg und sieg. Weißt du mit deiner Crush-Waffe. Wo hast du die her? Ich will auch so ein. Von einem anderen Wüstenplaneten. Ich will auch so ein. Die sind aber voll langsam. Oh. Küsste. Na. So, Morgs. Wacky Smasher, richtig? Wacky Smasher hieß die. Weiß nicht. Sie sah so aus. Autsch. Hilfe. 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 Oh. Gott, dammit. Moment. Oh. Oh. Das hast du jetzt wieder gefunden. Aha. Aha. Silber. Hm. So hast du eigentlich noch keine Diamant-Spitzhacke? Aus Gründen. Aber du bist gegen Diamant-Spitzhacken. Ich bin, ähm. Anti-Spitzhacke. Äh, Anti-Diamant. Ich bin, ich bin, ich bin halt einfach Diamanten, die, die immer, werden die so bevorzugt behandelt. Ich bin, das, man kann auch mal hier andere Metalle ein bisschen liebhaben. Okay. Ein bisschen knuddeln. Mhm. Streicheln. Mhm. Antatschen. Mhm. Das mögen die. Wüste. Hallo, Wüste. Äh. Äh. Hey. Was denn? Hallo, Hilfe. Nee. Autsch. Ich renne immer in alles. Pixel. Immer alles rein. Ah. Aua. Ich hab ein Problem. Töte den Vogel. Treff ihn nicht. Meine Knochen fliegen an ihm vorbei. Komm mir nicht hoch. Komm hier. Und ich kann keinen Double Jump mehr, weil ich kann den... Da. Kaputt. Sie reißt alles ab. Kaputt. Oh. Ich komm nicht hoch. Äh. 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 Ja, mach halt so. Geht sogar besser als mit einer Spitzhacke. Die sind lieb. So faul, die Spitzhacke rauszuholen. Oh, was ist das denn hier? Päusend. Dankeschön. Päusend. Warum versuche ich es auch? Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Also würdest du jetzt tausend Dessertplaneten abhucken, bis wir eine Hood haben. Ja, es sei denn, du findest irgendwelche aktuellen Koordinaten von sowas. Nein. Weil ich, ähm, das war mir alles zu anstrengend. Danke. Wir können dann aber den nächsten Planeten, den wir noch suchen, könnten wir dann im Beta-Sektor machen, weil dann kommen wir auch voran. Okay. Ich hoffe, das gibt's im Beta-Sektor auch. Ja, klar gibt's das, Dessert. Oder meinst du Rainbow-Biom? Rainbow. Aber eigentlich schon, ne? Warum nicht? Ja, weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie das so die Gesetzmäßigkeiten sind. Wie viele Pixel hast du eigentlich? 1764. Natürlich, natürlich. Problem damit? Ein bisschen. Komm, ich hab das gerade auch gemacht, versuch doch auch mal eine. Päusend. Die sind übrigens böse. Ja. Aua. Oh, mal so. Oh, meine Nase juckt. Oh, wieso fängt die immer bei Starboard an? Huch, die Pixel fliegen so hinterher. Hui, 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 hui. Gut. Touch. Oh, diese Knochen. Hihi. Ich mag die. Oh, ich bin da in ihn reingehüpft. Was ist das hier mit dem Kaktus? Nix ist mit dem Kaktus, der ist da so. Ich fand den interessant, ich wollte mal gucken. Ich glaub, wir brauchen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, brauchen wir zum Fliegen. Brauchen wir tatsächlich. Tja, siehste mal. Denn ich hatte nur noch 300. Ich weiß nicht, wie viel wir hierhin verbraucht haben. Ich will jetzt nicht. Was willst du? Oh, ernsthaft. Lass mich doch einfach da hoch. Du wirst. Senseless Basterzort. Hör mal auf auszurasten. Ich will auch ein Double Jump. Ich würde dir meinen geben, aber ich hab meinen schon gefressen. Mäh. Mäh. Wir finden irgendwann einen. Irgendwann. Und wann ist irgendwann? Irgendwann schmiergendwann. Irgendwann schmiergendwann. Wir werden nie einen finden. Vielleicht gibt's ja Leute, die auch Starbound spielen und das hier gucken. Ich glaub ja nicht dran. NIE. Jetzt guckt ihr kein Schwein. Ups. Zumindest kommentiert kein Schwein. Guckt auch kein Schwein. Doch, Views hat das doch bekommen. Oder? Über die 100 kommen wir doch damit. Ja. Das ist gut bei mir. Das ist gut. Da kommen wir mal nicht. Also wir sind auf gutem Weg zu 100. Also 70. 70. 70 kriegen wir. Einer von den 70 spielt bestimmt Starbound mal facepompt die ganze Zeit und hat die ganzen Koordinaten in der Tasche. Stimmt. Und wenn diese Koordinaten zum Enraged Koala Update passen und nicht vor einem Vibe passiert sind, kann man die gerne hier reinschreiben. Oh, was ist das denn? Ich kann dir einen Energy Dash geben. Damit bist du schneller als ich. Danke, Palchaia. Den hab ich grad gefunden. Ja, du findest ja auch immer alles. Sei doch froh. Immer findest du alles. Wo bist du denn? Ich hab halt keinen Double Jam. Ich brauch halt ein bisschen länger. Ich hab grad einen Kaktus kaputt gehauen. Hm. Wo kann man das denn hinbauen? Ja. Ups. Bin ins Loch geplumpst. Hm. Hallo. Hier. Holst ihr. Wie mach ich das jetzt? Du musst den Nomsen und auf dem Schiff dann ausrüsten. Hm. Hm. Vielleicht nicht gerade jetzt zum Schiff. Noms. Hab's genoms. Sehr gut. Dann kannst du es auf dem Schiff dann in den Tech-Slot reinpacken. Okay. Okay. Dann kannst du so wusch, 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 wusch nach vorne. So wusch, 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 wusch. So wusch, wusch, ja. Oh. Was? Nix. Musstest du niesen? Hm, hm. Was dann? Nix. Was denn? Feuerchen machen. So ne Sau. Aber darf ich ja nicht. Nein. Es sollte noch halbwegs zivilisiert ablaufen. Zibi, zibi, zibi. Zibi was? Was? Zivilisiert schmililisiert. Ziviler. Bums. Was? Oh, das ist langweilig. Willst du rumlaufen? Ja. Ich weiß. Ich will jetzt meine Rainbow-Hut. Ich hab ja gesagt, du kannst ja mal nach links gehen. Ich will, ich will, ich will ein Rainbow in der Hood. Ich weiß, sie wollte ja nicht nach links gehen. Ha, weil ich schon nach rechts gegangen war. Warum bist du denn nicht nach links gegangen? Weil ich schon nach rechts gegangen war. Ja, siehst du mal. Siehst du mein Problem. Erkennst es. Huch, ich werde gleich sterben. Oh, nicht sterben. Aber das war ein kleiner Planet. Wir müssten gleich einmal rum sein. Aua. Können die mal aufhören hier? Ich hab jetzt keinen Bock, ey. Ich hab jetzt keinen Bock. Keinen Bock! Alle weg. Alle weg, ihr Doofi-Schmovis. Doofi-Schmovis? Ja, das sind Doofi-Schmovis. Ach, was würde ich jetzt für den Speed-Dash geben? Ach, was würde ich jetzt für einen Double-Jump geben? Können wir tauschen. Oder einen Speed-Dash. Oder beides. Speed-Dash. Speed-Dash. Bubble. Der Bubble kann man so hoch fliegen. Fliegen? Ja, aber nur kurz. Hui. Ah, fliegen. Und seinen Fall abbremsen. Ich hab da Knochen fliegen sehen. Ich geh schnell. Ja, ja. Geh nur. Geh nur. Knochen werden auch dich finden. Oh, ganz viele Pixel. Was ist denn da los? Okay. Habst du schon weitergelaufen? Ja. Korrekt. Kannst ja auch nach links gehen. Weißt du was? Das mach ich jetzt auch. Hättest du ja machen können. Hättest du deinen Dash schon ausrüsten können. So, jetzt geh ich nach links. Mach halt. Denkt sie sich, verdammt. Mach halt. Jetzt finde ich wieder die tollen Sachen. Und gleich bin ich wieder der Doofe. Natürlich, du bist zwar der Doofe. Weißt du? Wie in deiner Natur. Oh, oh. Ich hab schon wieder Hunger. Im Spiel. Nein, in echt. Spiel bestimmt auch. Mag was noch müssen. Was Schönes. Was Tolles. Ich hab noch Poproll. Hast du gar nicht? Doch. Okay, stimmt. Ich bin gerade den Inhalt der Küchenschränke durchgegangen im Kopf. Ähm. Ich sag nix, ne? Ach, fick dich. Was ist das? Was ist das für ein Dings? Luftschiff der Avianer. Und hier ist die Schwerkraft gerade sehr hoch gestiegen. Ja, ist okay. Was denn? Brrrr. Ich bin jetzt aus Protest gestorben. Ach so. Außerdem muss ich aufs Klo. Viel Spaß. Aufs Klo. Hab Hunger. Und wieso findest du immer die tollen Sachen? Ich find das nicht in Ordnung. Nicht in Ordnung. Ich kann da doch nix zu. Weil es ist immer so. Immer. Was soll ich denn dagegen tun? Weiß ich nicht. Wir kämpfen den Vogel. Ja. Arme Vogel. Ich bring das Zeug hier alles mit und wir teilen es. Hallo. Geh aufs Klo. Ja, mach ich jetzt auch. Geh, geh doch. Mach ich jetzt auch. Geh doch. Mach ich jetzt auch. Mano. Tschüss. Bis gleich. Ich bin jetzt weg. Ich hab schon zwei Instrumente gefunden. Ich kann eine Band aufmachen. Was ist, wenn ich keine Band mit dir aufmachen will? Dann bin ich gekränkt. Ha. Dann bin ich hart getränkt. Hallo? Also hier ist es. Das Schiff hat sich gelohnt. Sehr gut. Wer verkauft denn hier Sachen? Oh, ich sollte die Waffe wegstecken. Ich hab nur Fleisch in der Hand. Kein Ding. Kein Ding. Mh. Huch. Da oben ist voll Krieg auf dem Schiff. Oh, Codex 13. Seekrank. Okay. Oh, hier auf dem Schiff ist die Framerate echt für den Arsch. Aber naja. Ich versteck mich mal. Hallo. Was drin? Nö. Du weißt, was hast du denn? Space Needler. Ich hab 13er Schaden. Ich glaub nicht, dass die irgendwas Tolles haben hier. Ich glaub nicht. Weißt du was? Du hast nix. Willst du dir jetzt Essen machen? Ja, dann stopp ich die Aufnahme. Mal eben aufs Klo wäre okay gewesen. Ah, ich stopp die Aufnahme. Mal eben aufs Klo. 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 Bis zum nächsten Mal.